so liebe leute willkommen zu einer neuen folge unknown words heute keine normale folge sondern ein format mit zuschauern und zwar traust du dich folge 2 nach über drei jahren geht es weiter ich bin heute zusammen mit dem linus in südbrandenburg unterwegs wir sind tatsächlich bei der geisterstadt wo ich damals das erste mal nachts alleine auf einem lost place war bei nebel und dann auch noch dachte ich hätte den wolf gesehen und ich dachte diese erfahrung möchte ich mal mit linus teilen es ist eigentlich noch nachts aber es ist inzwischen hell geworden ist ein bisschen blöd aber es ist einfach nicht mal 5 uhr kann man nichts machen wir sind auf jeden fall mit walkie talkie verbunden und er teilt den live standort er muss gleich zu diesem haus gehen wo ich damals den nicht wolf gesehen habe hier man sieht ihn auch mein neues symbol und muss hochgehen einmal in den ersten stock dann wieder runter kommen und quasi zurück das gelände ist nicht mehr wie früher das ist jetzt richtig krass bewacht von der neuen security deswegen müssen wir aufpassen hier ein bisschen mit mit walkie talkie auf jeden fall immer wieder alle zwei drei minuten sagen es alles in ordnung ist aber ich würde sagen let's go test hallo jetzt ist ein bisschen leiser machen vielleicht ja hallo test hallo ist jetzt noch leise ja noch was hallo test hallo hallo test test so wenigstens noch gut ja dann ist gut weißt du was du noch machen könntest live standort ja mach das auch noch und alle drei minuten melden genau über das funkgerät alle drei minuten kurz sagen wo du bist und oder zumindest alles in ordnung reicht schon sollten wir vielleicht lieber anfangen wenn er sich meldet und hier steht jemand aber wenn er kann sich versteckt vor jemandem oder so und wie in anfangs glaube ich kritischer fast hast du die die strecke ne du gehst immer geradeaus bis ein gebäude kommt dass das bis du das erste gebäude hast und dann gehst du links hast du hast damals das video gesehen wo ich dachte dass dann wolf war ja ich habe das noch so in erinnerung ja also immer geradeaus bist du denkst das bisschen haus kommt dann links und dann ungefähr 100 200 meter noch mal links also geradeaus laufen nur und dann kommt auf deiner linken seite ein großes gebäude und da bin ich damals reingegangen da muss einfach reingehen in die erste etage und dann wieder hat es wieder kommt dass er hat sich scheint und frage geschaffen okay gut bis gleich ja ich weiß gar nicht wie ich das jetzt sagen soll es ist jetzt zwar ja schon wieder etwas heller wäre es jetzt stockduster gewesen dann wäre das glaube ich noch mal ein bisschen so ja tricky gewesen aber ich glaube das wollte ich jetzt hinbekommen auch wenn es trotzdem sehr gruselig ist so dann hat er hier links gesagt glaube hier geradeaus weiter oder hat er hier damals den wolf gesehen ich weiß es nicht ja mal gucken wie lange das funk gerät noch reicht so der linus ist jetzt drin unterwegs wir sind hier am warten ich hoffe die security kommt nicht in der zwischenzeit ansonsten brauchen wir eine gute ausrede wir sind ja über funk verbunden ich glaube wir haben es irgendwie vier uhr oder so halb fünf inzwischen so in dem dreh weiß ich nicht ob die security da so am start ist ich hoffe nicht das größte problem ist ich habe gerade mal bei google maps geguckt ich habe das haus gar nicht wieder gefunden wo ich damals drin war wo er rein muss um die challenge zu absolvieren das ist ein bisschen scheiße ist aber gut kann auch sein dass es abgerissen wurde inzwischen dann hat er die challenge geschaffen irgendein gebäude reingeht und einmal in den ersten stock geht so fair sind wir da auf jeden fall gut ich würde sagen wir switchen wieder zu linus hier noch mal stacheldraht dran das ist ja auch merkwürdig genau und jetzt müsste irgendwann links auf der linken seite ein gebäude kommen ich glaube das ist das gebäude hier das gebäude ist interessant aus das gebäude kommt noch mal vorhin und viel länger will ich mich hier eigentlich auch nicht mehr anfalten das ist doch ein Gefängnis der Gitter oh mein gott hört ihr mich noch jetzt der funk weg oder was dinos hörst du mich sein live standort hat sich auch vor zwölf minuten zuletzt aktualisiert als er losgelaufen ist er ist nämlich immer noch hier der hat wahrscheinlich kein internet gut ich würde sagen ich gehe rein ich versuche ihn mal zu finden ihr bleibt einfach hier und wenn jemand kommt versucht dann abzuwimmeln ich höre dich jetzt wieder ich komme gerade rein weil ich keinen dich nicht mehr gehört habe und dein live standort aktualisiert sich auch nicht weil du glaube ich kein internet hast könnt ihr mich jetzt wieder verstehen hier sieht auch verbarrikadiert aus ich habe auch leider wieder nichts verstehen können ich laufe lieber mal nach vorken hörst du mich hier 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 immer hast du Taschenlampe an? Ja, habe ich. Okay, ich glaube ich habe dich gerade auf dem Hauptweg gesehen. Bist du auf dem Hauptweg? Ja, bin ich. Okay, ich bin hier gerade am anderen Ende. Du siehst mich, glaube ich, ne? Eben. Was meinst du? Bitte? Siehst du mich? Ich habe dich immer noch nicht verstanden. Siehst du mich? Ja, ich kann dich sehen. Okay, ne, ich komme gerade entgegen. Warte, wir besprechen gleich. Und die Sache ist wie, also ich glaube ich habe das Gebäude gefunden, nur vorne und auf der rechten Seite war es zu und ich habe nicht gesehen, dass man links auch rein kann. Jetzt habe ich gerade eben gesehen, dass es links auch offen ist. Hörst du das Geräusch? Die Summen? Ja. Ich weiß nicht, ob es da vorne die Bienen sind oder ob hier jemand mit einer Drohne fliegt. Das war eben noch nicht so krass, als ich da vorbeigelaufen bin. Lass mal ganz kurz gucken, ob das das Gebäude war. Und dann holen wir ab. Ich bin nämlich gerade reingekommen, weil die dich nicht mehr gehört haben. Ja, das war da hinten ziemlich schwer tatsächlich. Ja, und dein Standort aktualisiert halt nicht. Das war denn ein bisschen kritisch. Das ist das. Aber das ist zu von vorne, sagst du, ja? Ja, von vorne nach vorne. Hier links von der Seite, da ist es jetzt tatsächlich offen gewesen. Ach doch, guck mal, ist offen. Der Eingang ist offen, egal. Ich weiß nicht, was das für ein Summen ist. Ich habe das Gefühl, das ist eine Drohne. Ich auch. Lass abhauen. Als ich da eben bei den Bienen vorbeigelaufen bin, ich habe da nichts gehört. Ja. Ich habe sogar noch auf dem Video gesagt, sind das die Aktionen geworden. Aber man hat nichts gehört. Boah, aufregend, ey. Alter Falter. Das ist hier auf jeden Fall eine richtige Geisterstadt, ey. Da drüben wieder ein verlassenes Gebäude. Das ist auf jeden Fall. Okay. Das geht auch locker noch voll weiter in die Richtung, oder? Wir haben von der ganzen Stadt ja mal Drohnenaufnahmen gemacht. Wir sind unbeschadet wieder draußen. Also diese Dinger hier, ne? Angegeben. Acht bis zehn Kilometer. Er war vielleicht, was war er weg? 400, 500 Meter. Dann war das Signal auf jeden Fall weg. Sein Live-Standort hat sich nicht aktualisiert. Und dann, ja, musste ich rein. Da haben wir die ganze Zeit eine Drohne über uns gehört. Vielleicht waren es Bienen. Wir wissen es nicht. Aber es hat sich angehört. Richtig krass wie eine Drohne. Und die Security, die macht hier keinen Spaß. Die hat Wärmebild, Nachtsicht und auch Drohnen angeblich. Und dann dachten wir scheiß drauf. Wir standen vor dem Haus, wo ich damals drin war. Das hat gereicht als Challenge. Challenge auf jeden Fall bestanden. Rettungsmission bestanden. Und, ja. Gut. Das war jetzt, glaube ich, die zweite. Doch. Die zweite Folge Traust Du Dich, nachdem ich vor drei, über drei Jahren dieses Format mal gestartet habe. Boah krass. Der Kanal von Linus ist auf jeden Fall in einer Videobeschreibung. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Deine